Ich wollte nur mal dran riechen, Mann. Hallo, liebe Waschbären. Heute verschenke ich diese nicht mehr ganz neuen Vans. Sie sind frisch gewaschen. Sie sind wirklich frisch gewaschen? Naja, auf jeden Fall wurden sie mal gewaschen. Und seitdem hatte ich sie, glaube ich, äh... Nein, ich hatte sie seitdem nicht mehr an. Seht selbst. Total sauber. Gut, äh, sie sind Größe 39,40 und sie haben hier so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, so ein mini, mini kleines Loch, aber es ist nur eine Oberfläche, man kann nicht die Füße dadurch kitzeln. Also, wer Vans haben mag, nicht mehr ganz so weiß und neu, sondern ein bisschen Newst-Look und total cool, sogar schon etwas angeskatet, ja, der, der, der muss jetzt das Video liken und kommentieren. Einen anderen Weg an diese traumhaften Schuhe ranzukommen, gibt es nämlich nicht.